Was zur Hölle hat diesen Dude angetrieben, sich selbst zu sneitschen? Warum exposest du dich? Also der wird doch jetzt, wenn er überführt wird, wird er nicht nur ein Leben lang reingehen. Er wird doch most hated im Knast, liebt doch jeder Pack. Jeder hört Pack. Es ist wirklich krank. Ich kapiere es nicht. Habt ihr das mitbekommen? Ich denke, das ist eigentlich News der Woche, News des Jahres. Also Real Talk, das müsste, wenn es denn wirklich aufgeht, News des Jahrzehnts sein. Man hat jemanden verhaftet im Fall des Mordes von, ich sag es mal, wie weißt du sagen, Tupac? Schwarz sagen Tupac, hat Jay-Z gesagt. Von Tupac, Alter, was ist das denn, Alter? Also, der Typ heißt Kifi D. Ich hab mir gerade das Interview angehört. Kifi D. soll im Auto gesessen sein, während vorne geschossen wurde. Jemand, der geschossen hat, der wurde beauftragt, wahrscheinlich von Kifi D. Wahrscheinlich war es doch Orlando. Also, die Bullen haben eine richtige Pressekonferenz gemacht. Ist Real Talk, kein kalter Kaffee. Kifi D. hat sich wahrscheinlich bei Vlad, hier fing das nämlich an. Das hatten der, ein paar Leute haben das schon letztes Mal gesehen, also vor Beier. Hat da angefangen, wahrscheinlich hat der Midlife-Crisis, braucht doch noch Fame und verrät sich selber. Der Typ hat sich selber ein paar Mal belastet in Interviews, dann hat man angefangen, sie zu investigaten, investi-zu-zuschmeisen und dann ist er jetzt verhaftet worden. Er ist echt verhaftet worden. Hier fing das alles an. Him and Orlando Anderson pulling up to Tupacs car. Shots fired. Also, im Prinzip sagt er das hier schon. Let's talk about what happens next. What happened that, Kifi D., du Kiffer? You know, based on what the book says, Zip gave you a Glock, gave you guys a Glock and you guys tossed it into the back seat. And bubble up. Wurde, der hat einfach Midlife-Crisis, will aber nochmal kurz Welle schieben am Ende seines Lebens. Was a driver and a baby-laying and freaky were in the back seat. We were just all in the car again. Okay, this was the white Cadillac. Yeah. So, you guys are driving around and then you hear these girls say Tupac, Tupac. You know, we're coming up, what's the name, what's that, Flamingo? Flamingo, wie heißt der Nummer, Flamingo? Yeah, I think that's Flamingo. We were coming up from Flamingo and got to the light. We used to go drink and smoke some weed. And he happened to be hanging out the window. He was hanging out the window, like he was in the parade. Tupac. Yeah, he was. Also, ich versuche mal eine News zu kriegen. Das ist jetzt das alte Interview, News. Schade, dass ihr alle so scheiß Englisch könntet, wenn wir uns immer so einen Scheißackung. Auf jeden Fall, Polizei charge Dwan oder Dwayne oder so. Dwan Kiffy Davis with murder of rapper Tupac Schmazoukua. Oh, möglicherweise Gewaltdarstellung. Ich habe verstanden und möchte fortfahren. Warte mal. Adam, kriegen wir Toss? Ich mache mal kurz, Leute, ich gucke es mir kurz an. Sie zeigen nur die Stelle von Las Vegas. Okay. Boah, der Bull ist anders aufgeregt. Der hat bestimmt selber zu Tupac früher gedanst in Clubs. Boah, der ist richtig sauer. Ihr habt gesagt, wir Bullen von L.A. Wir werden korrupt, wir werden Handelsöhne. Nein, 27 Jahre, wir haben ihn jetzt. Ich finde es krass. Leider ist die, ja, es ist total Hollywood-Drama-Vibes auf jeden Fall, Mock. Ich finde es schade für die Mutter, die ist, glaube ich, vor zwei Jahren schon gestorben. Kriege ich das nicht mehr mit. Tupac Shakur. Prior to September 7th of 1996, as we all know, Tupac Shakur was an artist who was signed with Death Row Records. And that Death Row Records and its CEO, Marion Suge Knight, were closely affiliated with the Mob Piru Criminal Street Gangs and that they had an ongoing feud with the Southside Compton Crips. Dwayne Davis was the leader and shot caller of the Southside Compton Crips. On the night of September 7th of 1996, Tupac Shakur, along with Suge Knight, and members of their entourage, which include members of Mob Piru, came to Vegas to attend the Mike Tiger. Dieses Mob Piru kennt ihr vielleicht, weil auf jeden Fall Game öfter mal darüber rappt. Wir werden über Game on Ice Cube gleich eine News haben. ...ice and fight at the MGM Grand Garden Arena. Krieg mal. Ach, Orlando, ach, das wusste ich nicht. Orlando Anderson ist ein Neffe von Kifi D. Ah. Degi, alter. Es ist so quasi, also wenn es jetzt rauskommt, dass es wirklich so war und er wirklich Auftraggeber war und Orlando Anderson war, der Schütze und bla und bla. Ja, das ist so interessant, weil das war die ganze Zeit wie der Wald vor lauter Bäumen nicht sehen, weißt du, so mäßig an die wusste man irgendwie. Ne, ich wusste wirklich nicht, dass die beiden verwandt sind. Ich hatte mir das nie so richtig reingegeben. Für mich war Kifi immer so ein Spätzerkopf und ich hab immer gedacht, also ich persönlich hab immer gedacht, Orlando war's. Und das ist auch nicht so, also wie man so schön sagt, manchmal ist die Antwort einfach auch leichter, als du denkst, Digga, der hat ihn vorher auf die Fresse gehauen, der geht raus, ist sauer, trifft sich mit den Jungs, gibt mir jetzt die Knarre, nein, bist du doof, das ist Pack, nein, nein, ich mach, nein, bist du ein Hund, na, 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 na. Dann fahren, dann die Sehenden wirklich, dann die schießen. Hätten die den vielleicht nicht gesehen auf der Straße, zufälligerweise, oder die suchen ihn und finden ihn nicht, dann wäre es vielleicht gar nicht passiert. Aber in dem Wut, in der Situation im Moment, in dem Moment, Digga, und Pack hat nicht irgendjemand, Digga, er tritt irgendwelche Leute, Gangleute. Das ist, Pack war anders überheblich zu der Zeit, muss man auch sagen. Warum wollen sie denn jetzt Snoop canceln, was war das Problem, was hat Snoop denn immer dazu gesagt? As both were leaving the fight, members of Death Row Records spotted Orlando Anderson near an Elevator Bay bank inside the MGM. At that time, they began to kick and punch him near that elevator bank. I will now show you hotel security footage, as many of you have already seen, related to the incident. And on this incident, you will see Tupac Shakur, who's wearing a shiny, satiny shirt, with Marion Shug Knight, who's a large man in a brown suit, punching and kicking Orlando Anderson. Ja genau, das ist ja bekannt geworden, das war nach dem Tyson-Kampf. Following this, you'll see hotel security intervene, and then they will leave the area of the fight. Richtiger hängengebliebener Kanakken-Modus. Ey, du musst mal überlegen, du bist der größte Star der Welt und machst so eine Aktion, Digga. Hängengeblieben. Hängengeblieben, sorry, aber hängengeblieben. Little did anyone know, that... Belas, dein Onkel, wusste das schon, ne? Das ist klar. Krass. Ich meine, Belas wusste das schon. Belas meinte ja letztens, das waren ja Nazis, ne? Aber die mit Kuckuck-Klan waren. Pairu, Pairu, diese Mopper, Pairu, die sind so ein bisschen affiliated mit Shug Knight, ne? Wisst ihr ja, Shug Knight hat ja von denen viele auch immer gebucht zur Sicherheit. Shug Knight hat ja sogar auch Bullen gebucht, Ex-Bullen und so. Deswegen dachte ich mal, was hat denn der Snoop dazu immer so gesagt? Okay. Krass. Auf jeden Fall krass. Boah, MCMs, danke für den Talk. Warte mal. Warte mal. Orlando Anderson ist doch tot, ne? Orlando Anderson. Orlando Schmanderson. Auch interessant, dass der einfach berühmt geworden ist, ja. Ja, guck mal, Orlando ist, ähm, 98 schon gestorben. Ermittlungen, Tod. Anderson starb 98 für Martin Luther King, Crossbittle, nachdem er bei einer Schießerei mit einer Gang in Kampen angeschossen wurde. Brandon gab später an, dass der Mord an Anderson auf einen Streit mit einem rivalisierenden Gang über Drogengelder zurückzuführen war. So, ich glaube, weil er schon sowieso tot war, deswegen hat dieser Kifi die ganze Zeit so gesagt, ja, ja, Anderson und so, Anderson. Weil er dachte, ich bin auf der sicheren Seite, weil der ist ja eh schon tot. Jetzt haben aber einige gesagt, der Arm von Anderson war ausgekugelt, die Schulter. Er hätte gar nicht schießen können. Bloß sein Arm sah anders aus, haben Zeugen jetzt so irgendwie gesagt. Also es war wahrscheinlich doch Kiefmaster Kiwi. Psch, joo. Warum hat man aber so lange gebraucht? Wir machen gleich, ähm, Bömi. Hier was Wichtiges. Ice Cube und The Game kommen für zwei Konzerte zusammen nach Deutschland. Das wird eins eine heiße Sache. Was ich festgestellt habe, ist, dass dieser Oldschooler, auch Snoop, Snoop hat Lanxess Arena vollgemacht. 50 hat das vollgemacht. 50 hat Mercedes-Benz vollgemacht. Ich war ja da. Lanxess auch. Vor Jahren, als ich die beiden gesehen habe in Deutschland. haben die nicht mal 4000 vollgemacht. 4000er Halle. Was natürlich schon viel ist, aber für das, was sie drüben sind, haben die das hier nicht geschafft. Das hat aber wahrscheinlich doch eher damit zu tun gehabt, dass die Fans nicht das Geld hatten. Weil ich glaube, jetzt mit den Jahren haben die Leute Bock und haben auch das nötige Geld. Weil die haben anders vollgemacht. Deswegen kommen sie jetzt. Ice Cube und The Game kommen für zwei Konzerte nach Deutschland. De La Soul und D-12 geben zwei Konzerte zusammen. D-12 kommt... D-12? Und mit Games zusammen? Das wird aber krass. Okay. Dabei bringt Ice neben dem Game weitere prominente Gäste mit auf seine High Rollers Tour. Bei den Special Gästen handelt es sich um niemanden. Das heißt, De La Soul und D-12. Was für eine Mischung. De La Soul, super Oldschooler. Und D-12 natürlich die Crew um Eminem herum, die wahrscheinlich, weiß ich nicht, irgendwie weird. Ja, und D-12 wird wahrscheinlich D-10, genau, D-C-10 sein, weil Eminem wird wahrscheinlich nicht dabei sein. Die beiden Rap... Aber das wäre so geil, oder? D-12 kommt einfach, Eminem ist dabei, aber macht nur die 12 Passagen. Die beiden Rap-Gruppen werden Ice Cube und The Game auf Deutschkonzerten in Oberhausen und Berlin begleiten, damit chart Ice Cube pünktlich zum 50. Jubiläumsjahr von Hip-Hop ein Haufen US-Rap-Legends für seine Europatour um sich. Naja, naja. Die 12 bei aller Liebe, so viel, so Legend sind die jetzt auch nicht. Also einer noch. Zwei. Hier sind die Daten... Ach, warte mal. Quatsch, ich erzähle Quatsch. Die 12, die werden D8 sein, Bruder. Proof ist doch tot. Rest in Peace, Proof. Rudolf Weber Arena in Oberhausen, das ist, das ist, ja, hieß mal eine ganze Zeit lang König-Bilsen-Arena, ihr wisst schon. Und Max Schmeling. Max Schmeling nur? Krass, nicht, Benz? Das finde ich echt, ja gut, Elfter, obwohl das ist schon groß. Ach, das ist schon groß. Ich habe jetzt irgendwie das kleine Erinnerung gehabt. Ja gut, okay. High Rules. Vielleicht habe ich dann mal endlich mein super altes Unreleased-Mice Cube raus. Eis. Eis. Ich weiß, ich weiß, ich habe Big Bone schreibt Crazy Bone, der Kopf von Bone Thugs, liegt seit einer Woche im Koma. Also ja, ich weiß, dass es im Krankenhaus ist, ich habe es letzte Woche schon gesagt, aber ich wusste nicht, dass er im Koma liegt. Auf jeden Fall, alles Gute geht raus an ihn. Ein ganz krasser, wirklich einer der wirklich einflussreichsten Menschen im Hip-Hop, wo die Leute immer drüber hinwegsehen, das nicht so checken irgendwie. Weil die auch natürlich als Crew am Stand. Ich glaube, immer noch Top 2, Top 3 aller schnellstverkauftesten Alben, meistverkauftesten Gruppen aller Zeiten. Sehr influential. Der Style ist super influential. Immer noch machen Leute den Style oder versuchen. Genau. Wir lesen jetzt mal ein sehr interessantes Ding hier, was wir jetzt lesen werden, weil ich bin krass. Und zwar, jetzt kriegen wir auch noch ein bisschen Back-Informationen zu Hausdurchsuchungsmoves. Polizei nimmt mutmaßlich einen Mörder von Tupac Shakur. Fest Anklage nach 27 Jahren von der Frankfurter Allgemeinen. Vor 27 Jahren wurde der Rapper Tupac erschossen. Nun soll sich ein früheriger Gang-Chef dafür vor Gericht verantworten. Der Mann stand bereits vor Jahren in dem Fall schon unter Verdacht. So. All eyes on me ist ein 60 Jahre alter Mann in Las Vegas, USA, Nevada festgenommen worden. Okay, nochmal. Rund 27 Jahre nach dem Mord an dem berühmten Rapper, schreibt die FATS, Tupac Shakur, in Klammern nochmal ein Album, falls du nicht weißt, wer das ist. All eyes on me. Ist jetzt ein 60 Jahre alter Mann in Las Vegas, in US-Staaten, Nevada festgenommen worden. Das Interessante ist, in Las Vegas wurde er umgebracht. Der Penner lebt da immer noch. Ist ja so dumm. Egal. Der frühere Gang-Chef sei zuvor von einem Gerichtsjury unter anderem wegen Mordes mit Gebrauch einer tödlichen Waffe angeklagt worden. Teilte Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag, Ortzeit in Las Vegas schon mit. Er sitzt in Haft. Eine vorübergehende Freilassung auf Kaution sei von einem Richter abgelehnt worden. Der 60-Jährige stand bereits seit vier Jahren unter Verdacht mit dem Mord an dem damals 25-jährigen preisgekrönten Tupac in Verbindung zu stehen. Beziehungsweise Drahtzieher der Tat zu sein. Der nunmehr Angeklagte selbst hatte in den vergangenen Jahren mehrfach öffentlich darüber gesprochen, dass er in dem jeweiligen, Entschuldigung, in dem weißen Cadillac gesessen habe, aus dem 1996 die Schüsse auf Shakur abgefeuert wurden. Er sei der einzige Insasse aus dem Auto, der noch lebte. Nein, Quatsch. Andersrum. Er sei der einzige Insasse aus dem Auto, der noch lebe, hat er in Interviews gesagt und auch in einer Autobiografie geschrieben. Die tödlichen Schüsse selbst habe seinen Neffe abgegeben, hatte der 60-Jährige betont. Und jene war 1998 selbst bei einer Schießerei ums Leben gekommen. Also er hat sich hauptsächlich selbst belastet. Also, wow. Weiß ich nicht, woher die Infos kommen außer seiner eigenen Biografie und dass er sagt, sein Neffe hat geschossen. Digga, da machst du dich doch zum Mittäter. Wie doof ist der? 2018 habe es einen neuen Anlauf für Ermittlungen gegeben. Doch US-Medien zufolge reichten die Beweise gegen den 60-jährigen Kifi Dean nicht aus. Eine Durchsuchung eines Hauses in der Stadt Henderson im US-Bundesstaat Nevada, das der Frau des Angeklagten zugeschrieben wird, habe dann aber in diesem Juli den Wendepunkt in Ermittlungen gebracht, schreibt die Washington Post. Dabei seien unter anderem belastende Dokumente entdeckt worden. Zu den beschlagnahmten Gegenständen gehörten Patronenhülsen und ein Exemplar seiner Memoiren. Ey, das ist wie, also an Dämlichkeit nicht mehr zu überbieten. Hä? Der hat so Memoiren geschrieben, falls ich sterbe, alle sollen wissen. Dann die machen aus, die so finden, so Memoiren. Das ist so schlecht. Okay, und die finden noch Patronenhülsen nach 27 Jahren oder was? Ey, das ist schon recht dämlicher. Das ist schon anders. Ja, Aufmerksamkeit irgendwie doch noch am Ende. Racheakt im Konflikt zwischen zwei Gruppen. All dies habe die Information bestätigt, dass die Polizei während der Ermittlungen gewonnen habe. Hieß es auf der Pressekonferenz am Freitag. Der Angeklagte habe am Abend des Verbreches eine Waffe besorgt und sie dann im weißen Cadillac zu den Hintensitzenden Männern gegeben, zitiert CNN den für Mordfälle zuständigen Beamten Jason Johansson. Seine Worte zufolge habe es sich um einen Racheakt nach einem Konflikt zweier Gruppen gehandelt, wobei der 60-Jährige zu einer und Tupac Shakur zu der anderen gehört haben. Über die genauen Hintergründe dieser Rivalität schrieb CNN nichts. Shakur gehörte zu den erfolgreichsten Rap-Künstlern der 90er Jahre. Im September 96, als er in Las Vegas in einem Auto sitzend angeschossen wurde und wenige Tage später starb, herrschte Auseinandersetzungen zwischen rivalisierenden Rappern der Ost- und Westküste. Nur wenige Monate nach Shakur wurde auch der Musiker Notorious B.I.G. erschossen. Auch sein Tod ist Medienzufolge bis heute nicht aufgeklärt. Familienangehörigen des Rappers zeigten sich verhalten, ob nach der Festnahme nun der Mord an dem Musiker aufgeklärt werde und sie nach 27 langen Jahren Frieden finden können. Die Nachricht von der Festnahme des Mannes sei bitter süß, sagte Tupacs Stiefbruder Moprim Shakur, wie der US-Sender CNN berichtete. Warum jetzt, sieht jetzt CNN ihn, für uns ist das noch nicht vorbei. Wir wollen wissen, warum und ob es Komplizen gab. Schwester, entscheidender Moment. Tupacs Schwester Sekiva Seth Shakur, man nennt sich Seth, bezeichnete die Anklage als einen entscheidenden Moment, wie US-Medien aus ihrer Erklärung zitierten. Sein Leben und Tod sind wichtig und sollten nicht ungelöst bleiben, wird sie zitiert. Also ja, der heutige Tag ist ein Sieg, aber ich werde mir das Urteil vorbehalten, bis alle Fakten und Gerichtsverfahren abgeschlossen sind. Habt ihr ein Bild von ihr im Kopf, wie sie aussieht? Das ist aber jemand, der sehr wenig in den Medien so, nicht so mäßig am Start, da ist sie. Was macht die eigentlich, weiß das einer? Das ist einer von Shakurs Familie, die haben wenigstens, ich weiß sogar, sein Stiefvater wusste ich, dass er im Knast war und bla bla bla, aber von ihr habe ich so gut wie nie was mitbekommen. Tupac Foundation, ja. Halbschwester. Ja, es juckt halt irgendwie weniger jetzt im Moment, alles ist vorbei irgendwie, aber gut. Millionen Fans weltweit, verehrten den Rapper und seine Musik noch immer. Erst im Juli war ein Ring, der Shakur selbst entworfen hat und bei seinem letzten öffentlichen Auftritt getragen, hatte in New York für eine Million Dollar versteigert worden. Wir wissen alle, Drake hat es gekauft. Nach Angaben der Auktionshause Sotheby war das die höchste Summe, die jemals bei einer Auktion für ein Hip-Hop-Erinnerungsstück bezahlt wurde. Hier oben habt ihr gleich für mehr als eine Million. Drake kauft Schmupac's Rings. Ring von Schmupac. Ist das ihr Schminster? Ja, tatsächlich. White Seed said, this is no doubt a pivotal moment. The silence of the past 20,000 years surrounding this case is spoken loudly in our community. It's important to me that the world, the country, the justice system and our people and knowledge is the gravity of the passing of this man, my brother. Ja, ich meine, ein bisschen hier, ein bisschen, ein bisschen, also ist schon krass irgendwie. Man liest das, das ist für mich jetzt in News, das ist krass, dies, das, ananas. Aber wie krass muss das für dich sein, als Schwester, als Bruder, als Familie? Irgendwie, weiß ich nicht, ja, das ist schon heavy. Naja. Wildes Foto hier. Ich meine, like das. Ja, crazy eigentlich, was für ein Typ, oder? Also, die schreiben so einer der besten, oder einer der größten Rap-Artists in den 90ern. Oder, ich weiß nicht, ob es einen anderen Rap-Artist, was heißt Rap? Einen größeren, einen Stargab wie ihn, der so influential war. Also er ist für mich auf einer Linie mit, äh, mit Muhammad Ali. Keine Ahnung. Das ist schon mehr als Musik, viel mehr als Musik. All time. Also viel, also ist viel mehr als Musik. Also von mir aus hier, da, andere sind musikalisch am Start, dies, das, ananas. Aber, äh, es ist krass, Mann. So. Ich hoffe, also man kann ja, also das einzig Gute daran, wirklich das einzig Gute ist, dass, äh, Tupac nicht mehr lebt. Also wenn, wenn man halt, wenn es etwas Gutes daran gibt, dass wir uns heute nicht reinziehen müssen, dass er ein Album auf Autotune rausbringt. Oder, dass er sich so Twitch macht oder so. Ja, ich mach Spaß. Aber ja, man, es ist verrückt. Man kann sich das ja auch gar nicht vorstellen. Würde er heute gecancelt werden für die Aussagen? Ich weiß es nicht. Ich meine, er ist ja auch, ihr dürft nie vergessen, dass Pac sehr viel intelligenter war und belesener war als viele, viele seiner Begleiter. Seiner, seiner Zeit, also, also der, wie sagt man, Leute, die mit denen waren. Es gibt ja so einen Ausschnitt aus dem Film, ich weiß nicht, wie realistisch das ist. Dann sagt er ja zu Biggie, du musst lesen, Dickerchen, du musst lesen, Bücher sind in die Macht. Zum Tod von Pac gab es ja jetzt den Kifi-Di. Ihr wisst, Kifi-Di wurde festgenommen, jetzt endgültig. Unser großer Hero, Hero, Pac, aber auch Hero, der Gangster-Rap-Erfinder, Vater von Gangster-Rap, Ice to the motherfucking T. Mit dem Freedom of Speed, Ice to Freedom of Speed, hat Kritik an die Polizei. Infolge der kürzlich aufgetretenen Verhaftung im Mordfall von Schmupack haben sich neben der Familie auch andere Akteure zum aktuellen Geschehnissen geäußert. Wie unzählige andere erfuhr auch West Coast-Legende Ice am vergangenen Freitag von der Verhaftung und Einklage gegen Duan, Kifi, D. Davis, Dwayne. Nun bezieht der Cup-Killer-Rapper bei AllHipHop.com, ganz ehrlich, er hat bessere Songs als Cup-Killer, las diese Freedom of Speech, ist der Song von ihm. Ist das der Song? Stellungnahme zur Verhaftung und kritisiert dabei das langsame Vorgehen der Polizei, ja, das ist klar. Ich verstehe nicht, warum die Behörden so lange gebraucht haben, wird der hier zitiert. Ice könnte nicht verstehen, warum die Justiz als jetzt zugeschlagen habe. Nach Meinung des Rappers habe Kifi D. einen großen und offensichtlichen Fehler begangen, indem er wiederholt über die Tat und ihre Umstände gesprochen hat, unter anderem bei Vlad-TV-Leute. Davis hat in zahlreichen Interviews über seine Involvierung in dem Fall gesprochen. Selbst in seinen Memoiren, die unter dem Namen Campenstreet Legend erschienen sind, hat Kifi D. ausführlich über seine Rolle in dem Attentat an Pack gesprochen. Wer von euch kannte das Campenstreet Legend? Kannte ich nicht, das Scheiß. Die Rapp-Ikone könne nicht begreifen, wie jemand öffentlich zugeben kann, Teil eines Verbrechens gewesen zu sein, ohne dafür zur Rechenschaft gezogen zu werden. Er vergleicht die fragwürdige Vorgehensweise der Justiz mit den Worten, wenn ich zu deinem Haus gehe und dich um eine Waffe bitte und du sie mir gibst und ich es tue, dann hast du Beihilfe zum Verbrechen geleistet. Wobei ich sagen muss, bei Kifi D. ist es ja noch schlimmer. Er ist ja im Auto dabei gewesen, wo angeblich Olivia Jones auf Tupac geschossen hat. Wobei man sagen muss, jetzt ist es ja so, als ob er es gemacht hat. IC kann auch nicht nachvollziehen, warum Kifi D. überhaupt preisgegeben hat, in der Tatnacht im Auto gewesen zu sein. Bist du doof? Da wäre ja gar keiner drauf gekommen. Dies sei keine kluge Taktik für jemanden, der nicht erwischt werden möchte, so der Rapper. Außerdem habe Kifi D. in den letzten Jahren angeblich den Namen der anderen Insassen, der berühmten weißen Cadillacs, preisgegeben. Und unter anderem soll Davis eigener Neffer Olivia Jones Orlando Baby Lane Anderson mit im Fahrzeug gesessen haben und auch der Abzug betätigt haben. Diese frühere Aussage scheint für den West Coast Rapper wenig glaubwürdig. Laut ICE trägt Davis selbst die Schuld an seiner Verhaftung, da er sich selbst gesneitcht hat. Da er schließlich alle Jahre darauf angekommen lassen habe, abschließend bezeichnet ICE die Gesamtsituation als eine unglückliche Abfolge von Ereignissen, die nie hätte passieren sollen. Jada Pinkett Smith, die Frau von Will Smith, die ihn immer noch in Gefangenschaft hält, in psychischer Scientology-Bewahrung und ihn nicht arbeiten lässt, sagt in ihrer Instagram-Story. Jetzt hoffe ich, schreibt sie, dass wir ein paar Antworten bekommen und einen Schlussstrich ziehen können. Rest in Peace, Park. This was just an Entanglement mit uns. Wir hatten ein Entanglement. Okay? Ein Schmentanglement. So. Ich muss sagen, Leute, eine Frage bleibt natürlich für mich offen. Was zur Hölle hat diesen Dude angetrieben, sich selbst zu sneitschen? Warum exposest du dich? Warum exposest du dich? Fame, ne? Ja, Fame. Aber was das für ein Fame? Du gehst doch lebenslang rein. Also der wird doch jetzt, wenn er überführt wird, wird er nicht nur ein Leben lang reingehen. Er wird doch most hated im Knast. Liebt doch jeder, Park. Jeder hört Park, der, das ist, es ist wirklich krank. Ich kapier's nicht. Ein Harry. Ja, wahrscheinlich haben wir auch wenig Gehirn, ja? Wenig Gehirn. Vielen Dank. Vielen Dank.